Scheiße, wir haben Sterne! Steig schnell ein! Schnell steig ein, damit wir stehen loswerden, sonst können wir gar nicht mehr machen, was wir machen wollen. Nein, ich bin schon wieder am Arsch! Malte, Malte kommt gar nicht mehr drauf klar. Scheiße, steig ein! Steig ein! Ja! Nein, ich hol auch wieder den Berg runter! Nein! Hilfe! Hilfe! Ich halte dich auf, ich halte dich auf! Boah, Joke, guck mal, was ich im Breitlandsfuß gemacht habe! Hilfe! Und jetzt wird die Basecamp angemacht und jetzt wird der Live-Kommentar angemacht und klatschen! Läuft bei mir! Live-Kommentar aus! Und Film ab! Soll ich einfach anfangen oder wollt ihr anfangen oder irgendwas? Noch ein Countdown davor, oder? Soll ich sagen 3, 2, 1 und go? Ja, 3... Ok, Sack! Was piept das hier? Alter, der Scheiß-Humschrauber! Der Scheiß-Humschrauber schützt ab! Schützt der ab! Der schützt wirklich ab! Scheiße! Raus hier! Oh mein Gott! Yo, Leute! Wir sind wieder BrokenThumbsTV und Dena und es geht ja online! Wo landen wir? Das ist Hauptstraße und da ein Auto klauen! Hauptstraße, nicht landen! Ich bin schon gelandet, dich Hurenso! Ich hasse euch! Lauf zu der Straße, die bei Mount Chili dat ist, ok? Wir fahren mit dem Auto und hol dich ab! Ok! Ich sterbe, glaube ich gerade! Ja, da sterb einfach! Das passt auch immer gut! Warte mal, ich guck mal lieber, was da die ganze Zeit passiert, weil ich nämlich ziemlich lang überlebe! Oh, damit hätte sich das dann auch angeht! Ja, was war Dena da? Ich bin gelandet! Das sah aus wie eine Bruchlandung von oben! Nein, das war perfekt, Lamm! Ok, also eigentlich war der Plan... Eigentlich haben wir den Heli nur geholt, damit wir von oben auf dem Mount Chili dat starten können! Weil wir wollen heute ein Wettraum machen, aber es ist jetzt der Schieß gelaufen, aber wir fahren einfach wieder auf dem Mount Chili dat. Aber was wollen wir denn da oben machen eigentlich? Hallo! Hallo! Aua! Ich kann mich nicht bewegen, Alter! Ich bin behindert! Da ist ein Heli! Wo? Läuft bei uns! Da ist ein Heli! Jawoll! Ich wusste gar nicht, dass da ein Heli ist! Ich fliege, ich fliege! Ok, du fliegst! Ja, am Ball! Oh, ich hab Angst, dass du mich jetzt raushaust! Oh, oh! Ah! Nein! Spacko! Lass mich wenigstens hinten einsteigen! Oh, ich bin drin! Jawoll! Rass auf, da sind zwei Kampfjets! Flieg weg von denen! Oh mein Gott! Ja! Dieser wollte ich ihm nicht die Genugtuung geben zu fliegen! Und hol Manuel ab! Der ist da unter uns irgendwo! Ich bin Manuel! Hol ihn Malte ab! Hol ihn Malte ab! Hol ihn Malte ab! So! Ok! Die scheiß Türen sollen mal zugehen! Das fangt mich ab! Es gab ne Zeit, wo ich euch auseinander halten konnte! Aber seit gestern nicht, Wille! Seit gestern nicht! Jetzt wurde mein Kopf gefickt! Jetzt geht gar nichts mehr! Alles vorbei! Wo steht denn der Pimmel? Ja, lande einfach! Er kann laufen! Mensch Malte, da vorne! Flieg ihn um! Wollen wir wieder Seenot-Rettung machen? Nein, nein, nein! Wollen wir nicht! Oh! Ich fall durch die Erde! Steh auf! Ich fall durch die Erde! Bei uns liegt der da einfach! Ich fall durch die Erde! Vorsicht! Nein! Wo bin ich denn hier? Nein! Wo bin ich denn hier? Der Heli! Der Heli! Der Heli, Mann! Pass auf den Heli auf! Was? Was ist ich? Ich werde sterben! Ich werde sterben! Nein! Der Heli! Der Heli! Nein! Nein! Der Heli ist explodiert! Oh mein Gott! Wir sind voll am Arsch! Wer ist stärker? Wer ist stärker? Ich oder der Zug? Nein! Ich brenne! Scheiße! Ich bin durch die Welt gefahren! Lebt ihr alle wieder? Ja! Ja! Was machen wir jetzt? Wir brauchen jetzt wieder ein Auto! Was für eine Scheiße war das denn? Wer ist denn der weitesten unten da von uns? Der soll wieder den Heli holen und uns alle abholen! Wo ist der Heli denn überhaupt? Der ist da! Ja! Weiß auch nicht! Da! Oh ja! Vorsicht im Mund! Uh! Was war das? Der fiegt halt irgendein Huren so mit so einem Jet, ne? Ja! Der hat mich fast umgeflogen! Ah! Okay! Oh ja! Oh ja! Schlägt mir aus! Ich gehe jetzt schon mal den Berg allein so hoch! Warte! Vielleicht kann ich hier runterspringen und einen Fallschirm öffnen! Das wäre natürlich genial! Sprung! Komm schon! Komm schon! Oh nein! Doch nicht! Hätte klappen können! Alter! Alter! Genau! Ich laufe den ganzen Berg runter und jetzt sterbe ich auf die letzten Metern! Oder? Ich kann wieder aufstehen! Gott sei Dank! Ja! Habt ihr schon ein Heli? Ich habe gar nichts, Alter! Ich bin gleich oben auf dem Berg! Du bist oben auf dem Berg? Ja gleich! Ich laufe gerade zu Fuß! Nein! Jetzt bin ich gesteuert! Oh nein! Jetzt ist meiner gesteuert und es fällt den ganzen Weg wieder runter! Nein! Alter! Wir waren doch nur mal oben auf dem Berg! Ich falle! Nein! Die Strafe folgt auf den Fuß! Nein! Diese Scheiße, Mann! Ich raste aus! Die will ich einfach nicht hinkriegen! Ich bin aber jetzt gleich bei der Straße! Ich bin jetzt bei der Straße! Ich hole mir jetzt ein Auto und fahre! Guck, ob der Heli da ist, weil ich bin fast da! Und dann hole ich euch einfach ein Heli ab oder ein Auto! Komm, 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 komm! Jawohl! Der Fels hat mich ge... Ah, jo! Ich bin aber von den ganzen Berg wieder runtergekullert! Ach ja! Oh nein! Läuft bei dir! Ich habe ein Auto! Holy shit! Deine Mutter hat ein Auto! Ich komme nach unten gelaufen! Ja, das stimmt! Woher weißt du das? Ich stalke dich ein bisschen! Hast bestimmt ausgerechnet so! Die Stars Wahrscheinlichkeit! Wie ist das? Ja, der Heli ist da! Ich hole euch ab! Ja! Oh Gott! Ich weiß nicht, ob ich das wirklich möchte! Aber hier ist noch ein anderer Spieler! Und da ist die Polizei direkt daneben! Ich wette, die killen mich, wenn ich den klaue! Ich glaube nicht, dass es so oft vorkommt, dass irgendjemand durch einen Helikopter so doll zermatscht wird, dass er durch die Welt fällt! Aber nein! Kaum nehmen wir auf! Nein! Ich sterbe, weil ich dem scheiß Berg unterfalle, ne? Ne, ich klaue den Heli und die Polizei steht daneben! Jemand, die interessiert das nicht, obwohl es der Polizeihili ist, glaube ich! Okay, ich hab den jetzt! Die sind nicht so aufmerksam wie manch andere Polizisten, ne? Ich sag's mal so! Egal! Hier, ich kann euch abholen! Wo seid ihr? Ich will jetzt an den Schienen! Okay, ja, ich sehe ungefähr, wo die Schienen sind! Da! Siehst du mich? Komm runter! Manuel! Oh, diese Landung! Hallo! Hier, genau! Da! Oh! Du hast es geschafft! Ja! Locker easy bin ich der Wende! Let's locker easy! Alter! Hol dich ab, Malte! Wo bist du? Gleich ganz oben! Ja, ja, ja! Das habe ich eben auch gedacht! Und dann bin ich den ganzen Weg wieder runtergekullt! Ich bin ja mit dem Auto hier! Ja! Ja! Oh! Oh Gott! Oh Gott! Mein Auto schafft das nicht! Ah, nein! Steig aus! Ich hole dich ab! Ich bin gleich bei dir! Steig einfach aus! Malte fährt einfach auf den heftigsten Weg, den man machen kann, ne? Malte! Das fängt genauso an wie gerade eben! Hier! Hallo! Hallo! Hier! Komm rein! Gleich noch ein! Nein! 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 Wolltest du da hochfahren? Du weißt schon, dass fünf Meter daneben der einfache Weg war! Ja! Ja! Du hättest einen Schnauzel! Ich bin da ja runtergefallen! Ich hab da ja nicht versucht hochzufahren! Das war ja... Oh, jo! Oh, jo! Na! Oh, jo! Na! Oh! Ich höre immer Angst vor Käpt'n Diener, ey! Oh! Du bist ein verrückter Junge, ey! Oh, jo! Oh, ne Kratzer! Der fliegt wie ein Besoffener! Nein! Der fliegt wie ein Auto! Wenigstens bin ich grüner, alter! Du bist ein Rixer, alter! Ich fahr den Weg hoch wie ein Auto! Nur mit... Oh, guck mal! Wollen wir die mitnehmen? Klar! Okay! Hallo! Okay, warte! Hallo! 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 Nimm mal lieber Manuel mit! Hallo! Hallo! Ey, bleib mit! Wir wollten nicht mitnehmen, du Spacko! Ey! Nein! Warte! Okay! Er lernt jetzt seine Lektion! Vorsicht! Ich stütze... Na? Ja? Hallo! 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 Steig schnell ein! Schnell steig ein! Sonst können wir gar nicht mehr machen, was wir machen wollen! Steig ein! Steig ein! Nein! Nein! Hilfe! Hilfe! Ich halte dich auf! Ich halte dich auf! Hilfe! Oh, yo! Guck mal! Hilfe! 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 Ich halte dich auf! Nein! Nein! Wieso denn nicht? Mach nicht dein Ding kaputt! Komm doch, steig doch ein! Ich halte dich auf! Ich halte dich auf! Nein! Nein! Ja! Wieso? Ich halte dich auf! Steig schnell ein! Ja! Steig schnell ein! Ich kann leider nicht so hoch springen! Tut mir leid! Schnell! Ja, aber wenn ich runtergehe, werde ich zerstört! Oh oh! Ich renne! Schnell raus hier! Oh Gott! Alter! Und wir haben sogar die Strähne dabei verloren! Komm, steig ein! Oh! Unser Heli geht gleich gerade wieder so kaputt wie am Anfang der Folge! Nein! Nein! Oh oh! Ich fliege so hoch! Hört sich echt nicht mehr so gesund an! Bleib mal auf dem Dach, Daniel! Gibt es eigentlich Leute, die keinen Fallschirm haben? Also ich hab einen! Ich hab auch einen! YOLA! Okay! Und BOOM! Okay! Offiziell gelandet! Nein! Ich bin fast tot! Das ist gut so, Alter! Okay! Nein, mach mal! Ich finde das schön! Hier so mit dem Sonnenuntergang und so! Wir müssen direkt wieder reingehen! Weil wir direkt wissen, dass irgendwas vorhat! Irgendwas hat der Junge gedacht! Nein! Ich wollte den nur umpacken! Hier! Schön machst du das! Schön machst du das! Boah! Schön! Ja geil! Ich bin raus! Ich glaube, so viel klatsche ich dir noch rein! Nein! Wollen wir jetzt das machen, was wir eigentlich machen wollten? Ja, machen wir da jetzt! Okay, go! Genau! Also! Wer fängt? Genau! Also wir spielen jetzt Fangen! Okay! Also man fängt, indem man jemanden schlägt! Du bist! Wer ist denn jetzt? Du Hurensohn! Du Hurensohn! Wer ist denn jetzt dran? Manuel! Oh Gott! Ja! Nein! Ja! Du bist! Wer? Malte ist! Ich bin! Oh Gott! Oh Gott! Nein! Ja! Ist Dena? Wer ist denn? Ich bin! Nein! Nein! Willkommen nicht! Nein! 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 Boah! Ja! Ja! Wir sind aufeinander gefallen! Hauptsache ich lauf dem Fänger hinterher! Oho! Oho! Wo? Nein! Ja! Du bist! Nein! Du hast mich nicht berührt! Was soll das? Wieso? Wieso kann man da nicht mehr gehen? Oho! 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 Komm lieber runter da! Du Huren! Ja! Ich bin gestorben! Hauptsache du stirbst! Das war ein harter Schlag! Ich bin aber noch da! Schnell! Schnell! Wer hat den Heli geklaut? Hey! 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 Wo seid ihr? Komm zurück! Okay! Okay! Warte wir kommen! Warte den da? Ja komm! Ja warte! Ich komme! Siehst du den Heli? Ja! Okay! Wer fliegt den? Ich! Du fliegst so scheiße! Warte! Was machst du? Oh! 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 Ich werd' zu suchen sollen! Jetzt wirst du nämlich zerberstet bei mir! Du denkst du kannst mich einfach zerstören ne? Wer schießt mich ab? Ich willst nicht! Du denkst du kannst mich zerstören ne? Irgendwann schießt auf mich! Du hängst einfach du kannst dich zerstören! Irgendwann schieß auf mich! Oh! Du flierst weiter! Du hängst einfach du kannst dich zerstören! Nieder, du Flicker! Du kannst weiterfliegen, wie episch das denn? Nein! Ooooooh! Na ja, da bist du! Na ja, oh man! Seid ihr gelandet, oder fliegt ihr noch? Ich schaue grad ab! Ey, du musst mich abholen! Ich bin dein Beifahrer! Ich komme! Mann, ich will mich wieder von allen hier verfolgt! Ja, Alter, du hast mich da einfach wieder... Schnell! Ich steig sofort ein! Ich hab dich doch nicht verrecken lassen! Du wolltest es einmal! Los, komm, 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 komm! Dann holen wir uns hin! Ich fliege jetzt auf See, ihr Ficker! Schnell, 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 schnell! Los, komm, Seenotrettung mit anschließender Tötung! Go, go, go! Fliege! Los, du musst richtig runtergedrückt halten! Go, go, go! Ach, wär ich bloß geflogen! Du musst trotzdem Gas geben! Er ist genau unter uns, ne? Ne, er ist schon über der Hauptstraße! Du musst weiter runter! Man sieht ihn immer erst mal, wenn man ganz nahe ist! Runter, 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 runter! Wo ist er denn, wo ist er denn? Ja, genau! Geh einfach weiter runter! Drück einfach die ganze Zeit auf Bremsen! Auch richtig auf Bremsen! Auch rechts unten! Wir sehen! Ich hole ihn hier! Ich hole ihn hier! Ich hole ihn hier! Nein! Und jetzt... Jetzt seid ihr beide mal zu fliegen, Alter! Mal gucken, wer schneller unten ist, Alter! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh! Oh, oh! Oh! Wo bist du hin? Scheiße! Hey, ich bin das! Ich bin das! Oh! 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 Oh, Gott! Oh, oh, oh! Seenotrettung, Seenotrettung Du weißt, dass es das letztes Mal schon so gut funktioniert hat bei mir, ne? Ja, ich schaff das jetzt Komm schon Tiefahr, tiefahr Bin fast da Ich steig grad ein, warte Hä, warte Warte, ich schaff's jetzt Hä? Was ist denn jetzt los? Mehr geht nicht, mehr geht nicht Noch einen runter, noch einen runter, jetzt schaffst du Jetzt komm schon Der will gerade nicht Warte, ich bin mal auf die andere Seite Hä? Was ist denn jetzt los? Au Jetzt hast du mich geschlagen damit Du hast mich fast getötet, Mann Hä? Ich komm auch nicht rein Ach, du bist jetzt hier Nein Oh, oh Au Ich bin ein Hurensohn Ja Das stimmt Das ist auch das Fazit dieser Folge Malte ist ein verdammter Hurensohn Das war's von heutigen Folge GTA Online Zusammen mit den Jungs von BlogsubsTV Links sind in der Beschreibung Wenn's euch gefallen hat Drück den Daumen nach oben Und schreib's in die Kommentare Was wir noch so machen sollen Wir sehen uns morgen wieder Mach's gut Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö